Rinali, Rinali, ich hätte gerne eine Ochsenschwanz und zwei Eier. Jo, Gaudenz, ja, ja. Rinali, wie oft wachelt ihr eigentlich in die Tischtücher? Ich hab's keine Ahnung nicht, ich arbeite erst seit drei Monaten da. Rinali, was meinst du, was ein Frosch in einem Restaurant bestellen würde? Wie soll ich das wissen? Quark. Ah, lieber Gaudenz, du bist auch heute schön, du bist auch heute schön. Hä? Ja, schade, dass ich das nicht von dir behaupten kann. Hätt's doch auch lügen können, so wie ich. Rinali, diese Schnitzel schmeckt wirklich wie ein Pantoffel, den man mit Zwiebeln eingerieben hat. Donnerwetter, was du nicht alles schon gegessen hast? Lieber Gaudenz, ich muss dir sagen, dieser Tisch, dieser Tisch ist reserviert. Ist reserviert, tut mir leid. Na gut, dann stell ihn weg und bring mir einen anderen. Geben ist ja, folie Green. Hu passioniert, dannerwetter! Untertitelung des ZDF, 2020